Als nächstes eine Reaktionsübung. Vielleicht können die Eltern für die Kinder die Signale geben. Folgendermaßen, Jahan steht in Kampfstellung, das linke Bein ist vorne und die linke Hand ist vorne. Ich gebe ihm ein Signal mit der linken Hand und er steht mit der linken Hand. Wenn ich die andere Hand nehme, dann die Technik mit der echten Hand. Achtet darauf, die Hüfte zu drehen. Gut, und jetzt ein bisschen auf Reaktion. So начнем's. 1, 2, 3, 2, 1.